Hallo Leute, heute mal wieder ein kleines Infovideo und das geht eigentlich ganz schnell. Wir haben uns jetzt entschieden den Mod erstmal zum Download freizugeben und zwar ist das noch eine Beta. Also die haben wir Gronkh auch schon geschickt, aber noch ohne Verbesserungsvorschläge von euch oder auch von Gronkh. Also alles ist da drin, das was ihr im vorherigen und vorvorherigen Video gesehen habt. Und ich hoffe ihr habt damit viel Spaß, klickt einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung, da geht es zu unserem Blog. Da haben wir dann den Link verlinkt und ladet euch die Radata einfach runter, dann müsst ihr die nur noch entpacken und dann den ganzen Quatsch in die Minecraft Jar ziehen. Wichtig ist jedoch, dass ihr den Modloader vorher installiert habt, weil das ja im Modloader geschrieben ist, sodass ihr halt alle Texture Packs verwenden könnt. Das ist halt das Schöne daran. Also viel Spaß damit, tschüss! Musik 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 Musik